Hallo Welt! Da sind wir wieder hier auf der Normandie und wir werden in nächster Zeit in den nächsten Folgen hoffentlich Cerberus auseinandernehmen. Die haben uns ganz schön getriezt und das lassen wir uns doch nicht gefallen, hoffentlich. Gut, wir schauen aber erstmal ins Logbuch rein und schauen uns die neuen Codex-Einträge mal an. Wir haben neues über Tessia. Reisen zu dem Planeten unterliegen strikten Kontrollen, aber dennoch ist der Schmuggel ein Problem. Es gibt auf Tessia keine zentrale Regierung, sondern mehrere Republiken und obwohl jede davon ein beachtliches Militär unterhält, hat es schon lange keine internen oder externen Kriege mehr gegeben. Die Asari sind bekannt für ihre kulturelle und politische Dominanz und bemühen sich sehr um diplomatische Mitsprache. Ihre Präsenz in der Politik der Citadel und der Galaxie ist sehr deutlich spürbar. Dennoch ist gerade die dezentrale politische Struktur ihrer Heimatwelt verantwortlich dafür, dass Tessia dem aktuellen Konflikt so unvorbereitet gegenübersteht. Ja, soviel dazu. Oh, Moment. Sekundäreinträge, auch da sollten wir noch etwas über Tessia vielleicht erfahren. Erstmal über Aya. Aya? Die Menschen entdeckten den erdähnlichen Planeten Aya über Telemetrie im Jahr 2165, nachdem Soldaten, nachdem Sonden Leben meldeten, üppige Vegetation, große Frischwasservorräte und atembare Luft, erklärte die Allianz den Planeten zur Gartenwelt mit Kolonisierungspriorität. Unter dem Kommander von Captain Rain Ronald Taylor landete das Forschungsschiff Hugo Gernsbeck 2173 auf der Dschungelwelt. Kurz darauf brach jeglicher Kontakt ab. Obwohl das genaue Schicksal der Crew, der Hugo Gernsbeck, nicht bekannt ist, wird davon ausgegangen, dass alle tot sind und das Schiff zerstört wurde. Neuer Eintrag, Planeten und Orte, Benning? Benning war früher eine aufstrebende Menschenkolonie, aber die Reaper haben einen Großteil der Bevölkerung zur Verarbeitung zusammengetrieben. Trotzdem gibt es noch einige Widerstandszellen, die den Reapern bislang entkommen sind und es werden Rettungsversuche geplant. Ein Widerstandsradio, das kurz nach Beginn des Angriffs eingerichtet wurde, sendet nach wie vor. Es hält Überlebende dazu an, zusammenzubleiben und meldet Gerüchte über angeblich sichere Orte. Leider haben diese Gerüchte zu Überfällen geführt und die Verzweiflung derer, die noch frei sind, weiter gesteigert. Währenddessen sind die automatischen Landwirtschaftssysteme auf Benning weiterhin in Betrieb und sorgen für nie gekannte Mengen an Nahrungsmitteln in den Kornsilos und Lagerhäusern des Planeten. Kyone Kyone, eine stark befestigte Welt unter der Protektion einiger Asari-Matriarchien, hat damit begonnen, die Allianz-Streitkräfte mit Treibstoff zu beliefern. In der Hoffnung, eine Partnerschaft zwischen Asari und Menschen könnte die Reaper davon abhalten, den Planeten zu erobern. Als Reaktion darauf hat die Allianz mehrere Außenposten in dem System eingerichtet. Zu den Menschen unter Asari ist eine kleine Gruppe von Turianern gestoßen, die zur Privatmiliz unter einer Unternehmensgruppe gehören, die Geschäfte mit Kyone betreibt. Die drei Spezies sind so wild entschlossen, Kyone zu verteidigen, dass es bislang kaum Probleme bei der Integration gegeben hat. Die gemeinsame Streitmacht hat bereits einige Angriffe der Reaper zurückgeschlagen, aber die Commander befürchten, dass kleinere Reaper-Trupps trotzdem durchgeschlüpft sein könnten. Der Perseus-Nebel In seiner natürlichen Schönheit, ebenso gewaltig wie in seiner Gefährlichkeit, bildet der rotgoldene Perseus-Nebel die natürliche Grenze zwischen dem Gebiet der Geff und den Terminus-Systemen. Aufgrund der Undurchdringlichkeit des Nebels kann der Geheimdienst des Rats die Aktivitäten der Geff nicht überwachen. Theoretisch könnten die Geff einen vernichtenden Angriff vorbereiten, dem der Rat hilflos gegenüber stünde, oder sie könnten bereits ausgestorben sein, womit das Verteidigungsbudget der Allianz nichts brächte außer den finanziellen Ruin. Trotz der Angst vor den Geff-Unternehmen-Prospektoren vereinzelt Bergungsexpeditionen ins Innere des Nebels. Eine davon endete tragisch. Die Geff lockten das Team mittels techno-mentaler Herrschaft in den Nebel und hetzten es dann in Husks, transformiert auf die organische Gesellschaft, aus der es gekommen war. In einem durchgesickerten Geheimbericht der Specters wird behauptet, dass sich das Schlachtschiff Sovereign unter dem Kommando des Expecters Seren Aterius und bestückt mit einer Geff-Crew vor seinem Angriff auf die Citadel 2183 in der Nähe des Nebels verborgen hat. Die Migrantenflotte Mit Upgrades versehen, um so vielen Quarianern wie möglich ein Heim zu bieten. Üblicherweise übernimmt jedes Schiff eine spezielle Aufgabe innerhalb der Flotte. Das reicht von den gewaltigen Lebensschiffen, die Landwirtschaft betreiben, über die abgeschirmten Laborschiffe bis hin zu umgebauten Frachtern, den sogenannten Heimatschiffen, in denen Kinder, junge Eltern und Lehrer wohnen. Quarianer leben im Normalfall auf dem Schiff, auf dem sie auch arbeiten, weil der Flug zwischen Schiffen und die Dockingmanöver unnötig Ressourcen kosten. Sogar innerhalb der Flottille tragen die Quarianer auf den meisten Schiffen ihre Schutzanzüge. Nur selten kommen sie auf Rheinschiffen für besondere Zwecke wie medizinische Untersuchungen oder Fortpflanzung zusammen. Dabei ziehen sie ihre Anzüge aus, wohlwissend, dass sie danach einige Tage mit allergischen Reaktionen oder Infektionen zu kämpfen haben werden, weil ihr geschwächtes Immunsystem mit der Anwesenheit eines anderen Quarianers fertig werden muss. Feros Feros ist eine bewohnbare Welt im Attica-Beta-Cluster. Zwei Drittel des Planeten sind mit den Ruinen einer riesigen, zerstörten Stadt der Proteaner bedeckt. In den Jahrtausenden nach der Auslöschung der Proteaner wurden diese Ruinen zahlreiche Male von Plünderern durchwühlt. Feros galt als schwer kolonisierbarer Planet, da es hier wenig Möglichkeiten für den Agrarbau gibt. Die einzig nennenswerten Frischwasserquellen sind die Pole, die mithilfe eines brüchigen, proteanischen Aquädukt-Systems angezapft werden. Die Totenstädte sind zwar angesichts ihres Alters in bemerkenswert gutem Zustand, gelten jedoch als möglicherweise instabiles Gelände. Die Oberfläche des Planeten ist mit mehreren Metern Trümmerschicht bedeckt und die Luft mit Staub verseucht. Im Jahr 2178 verkündete das menschliche Unternehmen Exogeni seine Pläne zur permanenten Kolonialisierung von Feros und der gründlichen Erschließung der Ruinen. Die Pioniersiedlung wurde auf die oberen Etagen einiger intakter Wolkenkratzer platziert und mithilfe noch funktionstüchtiger proteanischer Aquädukte und Hydrokultordachgärten versorgt. Die Kolonie Freedom's Progress war früher eine typische Allianzansiedlung, aber nach dem völligen Zusammenbruch der Kommunikation und der darauf folgenden Zerstörung ist sie heute so etwas wie ein Blitzableiter für die Ängste der Menschheit in der Galaxie. Der Kommunikations-Blackout geschah nach einem Upgrade der kleinen Militärbesatzung der Kolonie, unterstützt von Mechs und Sicherheitsdrohnen, mit auf Türmen montierten Hochleistungs-Guardian-Lasern. Die Kolonisten beschwerten sich über Mehrkosten, Verspätung, Lärm und Umweltschäden. Sie befürchteten auch, dass die neue Verteidigungsanlage von ihren Nachbarn als Provokation empfunden werden könnte. Diese Befürchtungen waren möglicherweise nicht unberechtigt. Die Behörden haben bis heute keine Erklärung für den Kommunikationsausfall angegeben und es gibt Gerüchte über Seuchen, Naturkatastrophen oder einen kultischen Massenselbstmord. Die Kolonie Freedom's Progress lag an einem strategisch unbedeutenden Ort mit spektakulären Regenbögen, üppigen Marschen und beeindruckenden Gebirgszügen. Ihr Potenzial als landwirtschaftliche Ansiedlung und Touristenparadies konnte es mit jeder anderen Kolonie der Allianz aufnehmen. Hestrom Vor dem Geff-Aufstand vor 300 Jahren kolonisierten die Quarianer Hestrom, um die eigentümliche Instabilität seiner Sonne zu untersuchen, die vorzeitig zu einem roten Giganten zu werden drohte. Als wissenschaftlicher Außenposten von minimalem militärischen Wert war Hestrom nicht in der Lage, die Geff-Streitkräfte während des Aufstands zurückzuschlagen und fiel darum rasch unter ihre Kontrolle. Planetendaten von gefangen genommenen Geff belegen, dass die Architektur von Hestrom trotz Kriegsschäden noch genauso aussieht wie vor dem Krieg. Damit stehen dort die einzigen Bauwerke Quarianischen Steels in der ganzen Galaxie. Weil die Sonne von Hestrom die schützende Magnetosphäre des Planeten durchdrungen hat, müssen Menschen, die tollkühn genug sind, sich auf den von Geth kontrollierten Hestrom zu wagen, extrem vorsichtig sein. Nur wenige Minuten Strahlung überlasten bereits die Schilde und einige Stunden sind tödlich. Außerdem macht die Strahlung die Kommunikation zwischen Planeten, Oberfläche und Orbit nahezu unmöglich. Illium Illium, ein überaus wohlhabender Knotenpunkt der Asari-Geschäftswelt, ist berüchtigt für seine miserablen Arbeitsbedingungen und die Legalisierung von so ziemlich allem außer Mord. Darum ist Illium auch die wichtigste Produktionsstätte für Waffen und pharmazeutische Produkte, die nahezu überall sonst illegal wären. Der legale Zwangsarbeitsmarkt macht das Ganze sogar noch lukrativer. Unter den Pharmawerken mit biotischer Ausrichtung ist auch die Dantius Corporation ein aufgehender Stern in der galaktischen Ökonomie. Trotz der Gefahren seiner Produkte ist Illium berühmt für Klamour, Luxus und Sicherheit. Ergebnis einer nahezu totalen Überwachung. Und deshalb auch ein beliebtes Ziel für Touristen. Zahllose Prominente besitzen palastähnliche Anwesen auf Illium und in der Hauptstadt Nos Astra. Das einzige Hindernis für gute Geschäfte auf Illium ist die extreme Bürokratie, die nur toleriert wird, weil sie umfassende Sicherheit gewährleistet. Fernab der tatsächlichen Ökonomie feiern die selbstherrlichen Medien auf Illium ihre eigene Gesellschaft mit der provinziellen Arroganz der Neureichen, indem sie den Firmenpräsidenten mit dem meisten Sexappeal ausrufen und Listen mit den zehn reichsten Bürgern veröffentlichen. Illus Illus ist mit antiken Troja vergleichbar. Eine Welt, die nur aus Überlieferungen bekannt ist. Man fand zwar Verweise auf den Planeten in zahlreichen proteanischen Ruinen, aber eine Erkundung von Illus selbst ist eher unwahrscheinlich. Illus liegt in einem abgelegenen Bereich der Terminussysteme und kann nur über das legendäre Mu-Portal erreicht werden. Vor 4000 Jahren wurde das Mu-Portal von der Schockwelle einer Supernova aus seiner Position geschleudert. Seitdem gelten Illus und sein Cluster als ist unerreichbar. Gelegentlich werden von Universitäten Expeditionen initiiert, um eine Route zu finden, auf der man Illus mit einem konventionellen Überlichtgeschwindigkeitsantrieb erreichen könnte. Aber wegen der Entfernung und der Gefahren sind die Versuche nie über die Planungsphase hinausgekommen. Die Reise durch die feindlichen Terminussysteme und Dutzende unerforschter Welten würde Jahre oder Jahrzehnte dauern. Korlus Bekannt als Raumschiff-Friedhof war Korlus jahrhundertelang der Giftmüll-Abladeplatzplatz lässt schlechthin. Schiffe, die fast gestorben sind beim Massenportal durchtritt, wurden nach Korlus geschickt und komplett ausgeschlachtet. Der Rest wurde dann einfach über dem Planeten abgeworfen, um Platz zu schaffen. Derzeit gibt es auf Korlus mehrere Söldnergruppen, wie etwa die Blue Suns, die angeblich Schiffswracks zum Testen neuer Munitionsarten benutzen. Schwere Geschützbatterien bedrohen jeden, der hier landen will, aber die Verteidigung gegen Bodenangriffe ist minimal. Weil es früher aufgrund vulkanischer Aktivitäten zu einem Treibhauseffekt gekommen war, wurde Korlus zu heiß und hatte zu viel Kohlendioxid, um eine Biosphäre zu entwickeln, obwohl zahlreiche Seen die Entwicklung von Leben hätten fördern können. Heute ist Korlus kühl genug für abgeschirmte Ansiedlungen, aber immer noch so heiß, dass nur Liebhaber des Extremen und Söldner auf der Suche nach Geheimhaltung hierher kommen. Es gibt zahlreiche kroganische Außenposten und die Kroganer haben überall die Zehen Varen angesiedelt, die sie auch als Kriegshunde halten. Varen fressen hauptsächlich Geophagis Ungeziefer und sind gegenseitig und sich gegenseitig. Noveria ist eine kalte, felsige Welt, deren Hydrosphäre fast vollständig von riesigen Gletschern bedeckt ist. Der ganze Planet ist eine privat gepachtete Kolonie unter der Führung der Noveria Development Corporation. Die NDC wurde von zwei Dutzend Hochtechnologieunternehmen gegründet. Die Interessen der NDC werden von einem Diktorium wahrgenommen. An mehreren abgelegenen Standorten auf der Oberfläche Noverias haben die Investoren Hochsicherheitslabore eingerichtet. In diesen Einrichtungen werden Forschungen unternommen, die als zu fragwürdig oder gefährlich gelten, um sie an anderen Orten auszuführen. Noveria zählt offiziell nicht zum Ratssektor und unterliegt damit nicht den Citadell-Gesetzen. Aufgrund einer besonderen Vereinbarung genießen Agenten der Citadell-Abteilung Special Tactics and Reconnaissance das Privileg, Noveria betreten zu dürfen. Ob sich das Direktorium in der Praxis als kooperationsbereit erweist, ist aber noch unklar. Aufgrund seiner einzigartigen Position war Noveria schon oft Mittelpunkt wilder Konspirationstheorien. Omega Omega war ursprünglich ein Asteroid mit reichen Element Zero-Vorkommen, die kurzzeitig von den Proteanern abgebaut wurden, was aber wegen der dicken undurchdringlichen Kruste bald wieder eingestellt wurde. Jahrtausende später vollbrachte die Natur, wozu selbst die Proteaner nicht in der Lage gewesen waren. Bei einer Kollision mit einem anderen Asteroiden zerbrach Omega in zwei Hälften und das Element Zero lag nunmehr oder minder offen da und konnte problemlos abgebaut werden. Es kam zum Rush, weil zahllose Unternehmen und Privatpersonen auf Omega reich werden wollten. Schon bald folgten ihnen Diebe und Gesetzlose. Wegen des begrenzten Raums wurden die verarbeitende Industrie auf dem Asteroiden vertikal nach oben gebaut, was zu der bekannten Quallensilhouette von Omega führte. Zum Schutz vor möglichen Kollisionen ist die Station von gewaltigen Masseneffektfeldgeneratoren umringt, die Weltraumtrümmer ablenken. Heute ist Omega ein wichtiges Zentrum des Schmuggels mit Drogen, Waffen und E-Zero, ohne dass eine zivile oder militärische Regierung das Treiben stören würde. Nur Söldnergruppen konnten in begrenztem Rahmen eine Art Ordnung einführen. Die brutalste dieser Gruppen ist ein Asari-Syndikat unter der Führung der berüchtigten Area-Tillorg. Ontarom Vor 16 Jahren errichtete die Allianz auf Ontarom das erste Schlüsselfeld, trotz der Gezeitenstörungen und der elektrischen Stürme, die regelmäßig über den Planeten hinwegfegen. Die Anlage ist seitdem zu einem zentralen Kommunikationszentrum für die Allianz geworden. Der Handel zwischen der Allianzbasis und den Menschenansiedlungen in der Nähe bewahrt die Einheit des Planeten. Außerdem werden Kolonisten zur Arbeit an den Quantenkommunikatoren ausgebildet und dann auch beschäftigt, was das Band zwischen Einheimischen und Militär weiter stärkt. Obwohl die meisten der Kommunikationsportale beim Militär vorbehalten sind, hat ein Zusammenschluss von Ontaroms Geschäftsleuten mit der Errichtung eines zivilen Sendezentrums begonnen. Der Allianz-Commander hat Hilfe durch seine technischen Experten angeboten, um aus Ontarom ein Aushängeschild für die Zusammenarbeit zwischen Zivilisten und Militär zu machen. Pragia Förmlich erstickt durch das übermäßige Wachstum nicht-originärer Pflanzenspezies ist Pragia ein Mahnmal für die ganze Galaxie, dass man bei der Kolonisierung alles sorgfältig planen und regeln muss. Vor 200 Jahren beschloss die batterianische Agrarindustrie, den unbewohnten Pragia zum Brotlieferanten ihres Reiches zu machen. Die Koloniebehörden brachten nicht-originäre, industriell mutierte Pflanzen aus, die in der fruchtbaren Vulkanerde prächtig gedienen. In Verbindung mit den natürlichen geothermischen Bindungen und chemotropischen Mikroben auf Pragia wurde aus der importierten Spezies jedoch schon bald ein Albtraum. Mutierte Stämme giftiger und sogar fleischfressender Pflanzen entstanden, überwucherten in wenigen Tagen statt mehreren Jahren ganze Kolonien und zwangen die Batterianer dazu, ihre Anlagen zu verlassen. Nachdem die überschaubare Tierwelt des Planeten nicht imstande ist, das Pflanzenwachstum einzudämmen, gehen Experten der Allianz davon aus, dass der Boden in 400 Jahren keinerlei Nährstoffe mehr enthalten wird. Weil Pragia isoliert ist und keine Bevölkerung aufweist, wurde der Planet zu einem Paradies für Drogenhändler, Waffenschmuggler, Piraten, Terroristen und Agenten, die alle ihre Geschäfte geheim halten möchten. Rakana. Rakana, die Heimatwelt der Drell, war einst voller Leben und auf ihren trockenen Ebenen tummelten sich spektakuläre Insekten und Reptilien. Aber die Drell betrieben schon früh Industrialisierung und erkannten das Ausmaß des Schadens für die Umwelt erst, als es bereits zu spät war. Als die Erde nicht mehr fruchtbar war und der Säuregehalt der Meere kein Leben mehr zuließ, war im Jahr 2025 ein Massensterben der Drell-Bevölkerung. Nur noch eine Frage der Zeit. Doch dann traten die Hana auf den Plan und organisierten eine groß angelegte Rettungsaktion, um die Drell auf ihrer Heimatwelt Kajie zu bringen. Während wegen der letzten Ressourcen auf Rakana Kriege ausbrachen, bei denen Milliarden von Drell starben, konnten bei dem Exodus etwa 375.000 entkommen. Um ihre Schuld zu begleichen, schlossen die Drell mit den Hanar ein Abkommen, genannt der Pakt. Er besagt, dass die Drell den Hanar bei allen Aufgaben behilflich sind, die die Hanar aus physikalischen Gründen nicht selbst ausführen können. Heute sind viele hochrangige Hanar von ihren Drell-Begleitern nahezu untrennbar. Sanktum. Sanktum ist bekannt für seine Eisstürme, die über die Pole und die gemäßigten Zone hinwegfegen, sodass nur ein dünner Streifen Land entlang des Äquators bewohnbar ist. Aufgrund dieser lebensfeindlichen Bedingungen zieht Sanktum nur die härtesten der Harten an, von Bergarbeitern über Söldnern bis hin zu Geheimdienstmitarbeitern. Der Bergbau, der überall mit Ausnahme des Äquators als Eisbrechen bezeichnet wird, ist das Rückgrat der Wirtschaft von Sanktum. Der Planet verfügt über reiche Platin- und Palladiumvorkommen sowie über Bohr, das Vorort für das Imprägnieren von Halbleitern genutzt wird. Die Unternehmensfraktionen auf Sanktum haben erfahren, dass Cerberus in das Finanzsystem des Planeten verwickelt ist. Agenten der Allianz in den dortigen Firmenstrukturen drängen die Unternehmen dazu, Cerberus direkt zu konfrontieren. Aber bisher haben die Geldstreitigkeiten verhindert, dass die großen Anteilseigner von Sanktum gegen den Unbekannten vorgehen. Die Terminussysteme befinden sich auf der abgelegenen Seite der Attica-Traverse, noch hinter dem vom Citadelrat verwalteten und von der Allianz beanspruchten Bereich. Dort leben nur einige unbedeutende und zerstreute Völker, die sich einzig darin einig sind, die Autorität des Rates und die Ratskonventionen nicht anzuerkennen. Aber diese Unabhängigkeit hat seinen Preis. In den Terminussystemen lodern immer wieder Konflikte auf. Aufgrund der ständig wechselnden Regierungen und Diktaturen sind die Kriege unter den dortigen Völkern an der Tagesordnung. Die Region gilt als Paradies für illegale Aktivitäten, maßgeblich Piraterie und Sklavenhandel. Mindestens einmal pro Jahr greift eine Flotte aus den Terminussystemen die nahgelegene Attica-Traverse an. Diese Angriffe stellen normalerweise kleinere Raubzüge gegen unzureichend verteidigte Kolonien dar. Der Rat reagiert nur sehr selten auf diese Übergriffe, da regelmäßige Patrouillen in den Terminussystemen die dortigen Völker provozieren könnten, sich zu vereinigen und einen langen und verlustreichen Krieg gegen den gemeinsamen Feind zu beginnen. Würrmaier Würrmaier ist eine üppig blühende Welt im Randbereich der Attica-Traverse. Durch große Ozeane und seine Orbitalposition in der inneren Lebenszone ist auf dem Planeten ein breiter Äquatorialgürtel mit feucht tropischer Landschaft entstanden. Die Kolonisierung des Planeten ist bisher lediglich an der politischen Instabilität der Region gescheitert. Es gab schon viele Versuche seitens der Citadelle mit den kriminellen Organisationen und Diktaturen in den nahegelegenen Terminussystemen zu einer Einigung über den Status von Würrmaier zu kommen. Aber wegen der sich ständig ändernden Machtverhältnisse der Gegenparteien blieben diese Versuche bisher fruchtlos. Die Citadelle hat darum die Kolonisierung Würrmaiers für unmöglich erklärt, solange es keine gravierenden politischen Veränderungen gibt. Die Machthaber in den Terminussystemen werden Würrmaier allerdings selbst wohl kaum besiedeln. Vielen mangelt es dazu schlichtweg an den technischen und finanziellen Möglichkeiten. Und statt etwas aufzubauen, bestehen sie ohnehin viel lieber ihre Nachbarn. Bestellen sie ihre Nachbarn, bestellen sie. Ja, das war es dann erst mal vom Kodex Sekundär. Wie ich sehe, ist die Folge auch schon wieder am Ende. Wenn man einmal anfängt zu lesen, kann man nicht mehr aufhören. Ich würde am liebsten den Rest hier auch alles noch lesen und auch aus dem Kodex noch zum Thema Technologie, Waffenpanzerung und Ausrüstung mehr erfahren. Aber nein, die Folge ist am Ende. Das heißt, wir werden in der nächsten Folge Cerberus verfolgen. Ja, dann bedanke ich mich an dieser Stelle für euer Zuhören, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal Tschüss!